Willkommen zu einem neuen Part, Assassin's Creed 2 mit Groggy LP. Völlig irre. Ja, lauf schnell weg. Was denn? Ich bin da fast reingelaufen. Ich sollte woanders lang gehen. Die bewachen den Eingang, so wie das aussieht. Und ich bin da fast reingelaufen. Das sind zwei Wachen, die da wache halten. Wir machen jetzt das nächste Assassinen-Grab hier in San Gimignano. Artikulieren. Sprich mal deutlich. Ach, wieder eine veruntreute Frau. Das ist die gleiche, die wir vorhin schon gesehen haben. Nee, das ist dieselbe. Hast recht. Hab ich recht. Das wird der Part der Artikulation. Der überdeutlichen Rüstung. Die überdeutliche Rüstung, was ist das? Die überdeutliche Rüstung. Ich denke, man kann eine Rüstung kaufen. Da liegt einer rum. Da liegt einer rum. Da liegt einer herrum. Mann. Herrenlos herum. Herren. Herrenlos. Schönes Wort. Damenlos. Die streiten sich. Damenbartlos. Was ist das Damenlos gezogen? Herren. Das wird immer schlimmer. Das wird nur schlimmer. Da ist es. Oh mein Gott, das... Das war ein Neologismus. Das war so scheiße. Ich kann dir jetzt schon sagen, wo wir rauskommen übrigens. Aus dem Bulli? Mhm. Bin mir ziemlich sicher. Und? Umhang. Nein. Umhang. Schade. Umhang? Ach, die Ratten. Die sehen schon wieder nicht so gut aus dann. Oh, die sind jetzt tot. Oder können die schwimmen? Oder was? Nein, die schwimmen. Ratten können schwimmen. Ratten können schwimmen? Mhm. Echt? Ja, eigentlich schon. Den Torre Grossa infiltrieren und das darin versteckte Assassinen-Siegel finden. Ich kann artikulieren. Ja, das ist nur anstrengend. Ey, jetzt hast du schon wieder volle Dings. Was ist das denn? So, den Bildschirm richtig hinstellen, damit wir alles sehen. Vorhang. Zug. Ja, großartig. Du schwimmst in der ekelhaften Brütze rum. Brütze. Oh Gott. Was ist das eigentlich? In der Grütze meine ich doch. Brütze. Was ist das denn? Es ist eine Mischung aus Brüsten und Grütze. Brütze. Also, ihr merkt schon, es ist ganz schlimm mit uns. Was ist denn das hier? Das ist aber keine Höhle. Das ist schon so ein Weinkeller. Ja, das ist so ein Weinkeller. Und dann sind so Wachen. Den habe ich auch gemacht. Ah ja, genau. Ja. Sorry, ich muss immer so tun, als würde ich das nicht kennen. Ja, genau, damit ich mich dann erinnern kann. Ich habe das gemacht übrigens. Du solltest das so machen, dass er dich nicht sieht. Ich mache die Hände nicht schmutzig. Doch. So viel dazu. Das ist eigentlich viel zu einfach, weil du nicht in... Weil du... Die Mission scheitert nicht, wenn du entdeckt hast. Nicht so wie in anderen. Aber ich dachte, es gibt mehr... Synchronisation dann. Nee, das gibt es in dem Teil noch nicht. Ach, das kommt auch erst. Auch erst später. Warum ist auch ein Weinkeller eigentlich von so Leuten bewacht da? Damit nicht jeder den Wein fiescht. Ja, aber es kommt doch nicht jeder durch diese ekelhafte Brütze. Nee. Wir sind ja so doof und... Klar, die Wachen gehen auch nicht durch diesen kleinen Gang. Die haben schon einen Haupteingang oder so. Ja, aber der wird doch bestimmt von oben zugesperrt sein. Du musst da hoch. Doch. Ey, hier, da sind doch so Fäden dran, ne? Nee, doch nicht. Nee. Ich dachte, das wäre so... Ja, bei Tomb Raider... Ja, bei Tomb Raider, das ist... Es sind... Es sind immer so... So Schnüre und dann kannst du da mit so einem Pfeil mit so einem Schnur so hinschießen und das war ganz scheiße, was du gerade gemacht hast. Das war... Das ist Square Enix, ne? Ja, das ist... Genau. Das ist nicht Ubisoft, sondern... Was völlig anderes. Boah, als ob... Nein. Doch. Das langweilt mich. Das tut mir jetzt aber leid. Runterfallen. Ich weiß, es gibt so einen Eingang, den man auch von unten aus erreichen kann. Stimmt. Ich bin jetzt gerade voll unnötig. Die Kamera ist irgendwie komisch. Auffällig. Boah, dann legt er den noch so krass hin. Ich bin ja begeistert. Er versucht zwar nicht mehr so auffällig zu machen, er... Schmeiß den erstmal... Er legt den erstmal hin. Ja, genau. Ganz unnauffällig. Ganz vorsichtig. Du musst über die Regale. Fette Typen. Fette Soldaten. Du musst aber über die Regale. Mit denen will ich mich nicht anlegen. Die mag ich nicht. Mag ich nicht. Geh einfach über die Regale, dann kommen die nicht an dich ran. Exakt. Der hat dich gesehen. Ey, was ist das denn? Das geht doch viel zu schnell. Du hast volle Dings übrigens. Deswegen sieht er Dings aus. Aber das ist noch so ein kleiner. So, jetzt drauf aufs Regal. Das machst du denn da? Du musst mal Messer hinfliegen. Du verschmeißt gerade richtig deine Messer. Zäh. Was heißt das? Keine Ahnung, wer ist hier oder so? Nee, kann nicht sein. Guckt noch einer. Es kommt einer. Mein, mein, mein ey. Nur schlechte Sitze. Ich glaube, ich habe jetzt überhaupt jemand als Witz erkannt. Das ist einfach nur eine unnötige Bemerkung. Ja, stimmt. Stimmt, völlig, völlig. Nein, da geht es nicht lang. Es geht nicht über die Regale. Da bin ich mir... Ja, aber da hättest du drauf gehen können. Ja, toll. Cool gewesen. Da hättest du drauf gehen können. Mehr habe ich nicht gesagt. Du kannst... Wow, da geht es lang. Hey, da geht es noch weiter hoch noch. Auffällig. Oh, zu spät. Ah. Da hilft dein Button-Mashing auch nichts mehr. Es läuft nicht, Leute. Die Konzentration ist im Arsch. Diesmal machst du es bitte besser. Natürlich. Jetzt da. Da bin ich mir irgendwie nicht so sicher. Ja, auch nicht. Da hinten sieht es besser aus. Ne. Scheiße. Du machst doch nur Unsinn. Ne, ne, ist alles gut. Doch, nein, es war alles gut. Doch, du machst Unsinn. Nein. Doch. Doch. Alles gut. Boah. Ja. Alles gut hast du gesagt. Leute, meine... Boah, der wirft Sachen. Das ist nicht lustig. Boah. Leute. Das wird immer knapper. Der wirft Steine. Das ist gefährlich. Du machst einfach seelenruhig weiter rum, ne? Seelenruhig. Pass auf, der schmeißt. Jetzt habe ich keine Messer mehr. Warte, ich wollte irgendwo in der Gegend rumgeschwitzt haben. Was? Schneidet ihm den Weg ab. Ist da noch jemand anderes außer mir? Schnell, komm, 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 komm. Danke. So. Haben wir es jetzt. Dieser scheiß Raum, ey. Da geht's hoch. So im Inneren des Turms. Oh ja, das sieht gut aus. Ja, ist jetzt easy. Aber schön hoch. Wer hat Höhenangst? In Spielen nicht. Na ja, der Letzte konnte nicht schwimmen. Boah, nee. Ja, doch. Ja, egal, lass ihn jetzt da. Keine Ahnung. Wieso entdecken die mich so schnell? Weil du volle... Nein. Das hat damit nichts zu tun. Das hat nichts mit der Schnelligkeit zu tun. Oh, was ist eigentlich los? Also alles... Du machst halt... Du brauchst... Du hast das fürs letzte Grab fünf Minuten gebraucht. Und für das brauchst du jetzt... Aber da habe ich keine Fehler gemacht. Und jetzt brauchst du für das schon knapp zehn Minuten. Nein, wir haben nichts bei null angefangen mit dir. Ja, komm. Sind hier locker bei acht Minuten. Das ist halt länger. Weißt du? Ja, genau. Das ist einfach... Einfach ist das länger. Da steht einer. Cooler Schatten. Der ist ein Riese. Ein Riese. Ein Riese. Wie sind wir da reingekommen? Ich weiß es noch. Ja, das war unfair vom Spiel fand ich. Äh, ja, muss ich ja sagen. Was geht denn jetzt, ja? Ja, das ist echt cool. Musik ist echt cool. Ich hör die nicht, weil ich mein Ding so leise hab. Du machst es... Nee, ich kapier das nicht. Das geht so nicht. Und du hast fast kein Leben mehr. Aha. Ja, komm. Du hast dich gerade geheilt. Nein, habe ich nicht. Nein, hat keiner gesehen. Da ist doch keiner am Weg. So, du kletterst jetzt da hoch. Dann jetzt nach rechts. Und dann gehst du einfach da oben dran. Eben, das mache ich die ganze Zeit. Und der springt immer ins Leere. Nein, dann gehst du aber nicht darüber, sondern kletterst da halt zu dem hin. So nicht. Du kletterst dann einfach zu dem hin, weißt du? Geht nicht. Doch. Nach rechts dann. Guck dir das mal an. Das geht nicht. Ich guck mir das jetzt an. Das ist... Ja, ja, doch. Aber es sah echt nicht so aus. Hätte ich dir schneller sagen können. Jetzt fällst du da nochmal runter. Nein. Ja, Glück gehabt. Ja, wie geht es jetzt weiter? Weiter. Ja, da lang. Nein, da lang. Da nicht. Da nicht. Du kannst es nicht besser. Nein, gar nicht. Das muss man auch sehen. Aber es ist lustig. Nein, da nicht. Ah, das ist doch vollkommen sicher. Ja, ja. Das sieht mir super sicher aus. Ja, da hättest du doch... Ach nee, doch nicht. Siehste, hier, unter 10 Minuten auf jeden Fall. Ja, aber du hast einen Part gleich dafür gebraucht. Ja, ich mein, du bist doch angemessen. Das war ja nicht einfach, ne? Hm, ist richtig. Nimm ihn dir, den Stein. Durch die Dachluke entkommen. Siegel von Veiyu. Das ist halt nicht dieselbe Steuerung. Ja, genau. Hey, wir sind aber nicht aus der Kanalisation gekommen. Ne, in einem Turm ist es doch schwierig. Ja, das ist richtig. Toregroßer, das Geheimnis, der Toregroßer. Ja, es gibt bestimmt Kanalisationen, die einen Turm hinauflaufen und dann... Stimmt. Ja, ich denke, das war's dann auch erstmal mit dem Part. Genau. War doch ein schöner Part. Aber vielleicht sehen wir noch jemanden, wie er auf dem Turm steht. Wollen wir den... Genau, den können wir noch synchronisieren. Den müsste man synchronisieren können. Wollen wir das denen vorenthalten? Nein. Nein, das wollen wir nicht. Nein, das ist kein Turm. Gut. Also, mit dieser... Ja. ...schönen Aussicht verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.